Olaf Scholz soll SPD-Kanzlerkandidat werden. Das hat heute die Parteispitze bekannt gegeben, Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken. Und bei mir im Studio ist jetzt Bild-Vize Paul Ronsheimer. Und genau mit ihm möchte ich darüber sprechen. Kann das für dich jetzt überraschen, Paul? Nein, es kann nicht überraschen, dass Olaf Scholz Kanzlerkandidat wird. Aber der Zeitpunkt ist überraschend. Es ist heute Morgen so gewesen, dass es eine Präsidiumssitzung gab, dann eine Vorstandssitzung, wo Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans die beiden Vorsitzenden Olaf Scholz vorgeschlagen haben. Das Ganze ist schon in der Planung, so höre ich aus SPD-Kreisen, seit mehreren Wochen. Man konnte es geheim halten, diesen Zeitpunkt. Allerdings ist dieser Zeitpunkt für Olaf Scholz auch sehr gefährlich. Denn es gibt jetzt viele Monate, in denen die politische Konkurrenz ihn angreifen kann. Und nicht nur die politische Konkurrenz, sondern besonders gefährlich könnte für Olaf Scholz auch seine beiden Vorsitzenden werden. Denn schon in den vergangenen Tagen hat es da heftige Diskussionen gegeben um die Frage z.B., ob es eine rot-rot-grüne oder grün-rot-rote Koalition geben könnte. Saskia Esken und Borjans haben eigentlich gesagt, dass sie dafür stehen. Und Olaf Scholz als Kandidat der Mitte wird sich erklären müssen, wie er es denn mit den Linken handhaben will. War der Zeitpunkt also taktisch klug oder eher nicht? So was würdest du sagen? Es wird sich zeigen, ob der Zeitpunkt taktisch klug ist. Mit einem SPD-Spitzenmann, mit dem ich gerade gesprochen habe. Der sagt, na ja, wir haben jetzt zumindest Klarheit geschaffen. Bei uns weiß man jetzt in der SPD, was man bekommt. Der Kandidat heißt Olaf Scholz. Und wir schauen mal, was die Union macht. Denn da gibt es ja auch große, oder da gibt es diese großen Streitereien eben darum, wer wird Vorsitzender, wer wird dann Kanzlerkandidat, das Rennen zwischen Söder und Laschet. D.h. die SPD erhofft sich hier einen taktischen Vorteil, dass sie Klarheit schafft und sagt, wir haben einen Kandidaten. Und das ist das ganz Wichtige, was Sie in der SPD sagen, was sozusagen dieses Jahr von all den Wahlniederlagen in den letzten Jahren unterscheidet, dass Angela Merkel eben nicht mehr antreten wird. Und Olaf Scholz als Vizekanzler, als derjenige, der schon mehrere Jahre, viele Jahre Minister war, da gute Chancen haben könnte. Aber man muss ehrlich sein, wenn man sich die Umfragen momentan anschaut, dann wäre Olaf Scholz nicht mal in der Lage, Vizekanzler zu werden. Denn selbst eine grün-rot-rote Koalition hätte momentan keine Mehrheit. Du hast es gerade schon angesprochen, die Chancen stehen nicht ganz so gut. Wie sind denn die Reaktionen aus anderen Parteien auf diese Bekanntgabe? Aus den anderen Parteien hört man momentan noch nichts. Das ist auch so die politische Taktik, dass man das Ganze erstmal ignoriert und sagt, Schaut, wir als Union haben 38 Prozent, das interessiert uns eigentlich gar nicht, was da in der SPD passiert. Es wird sich ja zeigen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Ich habe einen Punkt schon angesprochen, der für Olaf Scholz gefährlich ist. Das sind die beiden eigenen Vorsitzenden, die immer wieder mit Querschlägern ihn in eine Ecke drängen könnten. Zum Beispiel zu möglichen Koalitionsoptionen, aber auch zu inhaltlichen Dingen. Dann kommt dazu, dass Olaf Scholz in den vergangenen Wochen in der ganzen Wirecard-Dynamik in die Kritik geraten ist. Also man wird sehen, ob es da möglicherweise neue Enthüllungen gibt. Also natürlich ist das ein Risiko. So viel Zeit, ich meine, es ist noch nicht mal September. Die Wahlen sind in einem Jahr noch ein bisschen mehr als ein Jahr. Das heißt, die politische Konkurrenz wird natürlich versuchen, sich jetzt auf ihn einzuschießen. Und sie erhoffen sich da so eine Dynamik, wie es sie bei Martin Schulz, wir erinnern uns, dem letzten Kandidaten gegeben hat, der von damals sehr hohen Umfragewerten kam. Man erinnert sich an den Schulz-Zug, der damals rollen sollte. Und wo sozusagen die Umfragen immer weiter nach unten gegangen sind. Man erhofft sich jetzt bei der SPD, dass bei Olaf Scholz es andersrum funktioniert. Dass er sozusagen jetzt als Kandidat in den Umfragewerten immer weiter nach oben kommt, um dann tatsächlich eine Kehrtwende zu schaffen. Erhöht das denn jetzt den Druck auf andere Parteien, auf die Union vor allem, dass die jetzt auch nachziehen und den Kanzlerkandidaten endlich mal festlegen? Ich denke nicht, dass sich die Union davon unter Druck setzen lassen wird. Man wird sagen, naja, wir haben unseren Parteitag im Dezember. Das ist der Parteitag, wo es darum geht, wer erstmal Vorsitzender wird. Was sicherlich eine Vorentscheidung darüber wäre, wer auch Kanzlerkandidat wird. Aber natürlich wird sich der Blick darauf richten, was macht jetzt Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident, und Armin Laschet, der NRW-Ministerpräsident. Und wie gehen Sie jetzt mit dieser Frage um? Aber ich glaube nicht, dass die Union jetzt soviel nachziehen wird und sagen wird, okay, wir müssen, weil die SPD einen Kandidaten hat, das jetzt auch tun. Ich glaube, man wird eher so ein bisschen spöttisch versuchen zu sagen, naja, bei den Umfragewerten, die die SPD momentan hat, warum brauchen die überhaupt einen Kandidaten?